Hier mal eine Funktion Check mit zwei Funktionen, einmal istDedit, bekommt ein Charakter übergeben und überprüft, ob dieser Charakter eine Ziffer ist. Und das ist genau dann der Fall, wenn der Charakter größer als 0 ist und kleiner als 9, zwischen 0 und 9 haltlich, dann ist es eine Ziffer. Jetzt wird hier eine Methode bzw. eine Funktion GetValue definiert, die bekommt wiederum ein Charakter übergeben und ruft es Digit auf. Falls es sich um ein Zeichen, um eine Ziffer handelt, dann wird zurückgeliefert der Wert dieses Zeichens als Integerwert. Das heißt, da wird jetzt berechnet Zeichen minus 0. Wenn Zeichen hier das Zeichen der Buchstabe und die Ziffer 1 ist, wird beispielsweise 1 minus 0 berechnet, das ist 1. Bei 2 wird 2 minus 0 berechnet, das ist der Integerwert 2 und so weiter. Wenn es aber kein Zeichen ist, wird minus 1 als Fehlerfall zurückgeliefert und hinterher werden wir sehen, solche Fehlerfälle löst man dann, wenn man die objektorientierte Programmierung schon kennt, in Java mithilfe von Exceptions. Hier wird jetzt der Benutzer in dem Testprogramm beispielsweise aufgefordert, ein Zeichen einzugeben und es wird der Wert ausgegeben. Das ist nur ein kleines Testprogramm.